so auf geht's eine letzte runde dann nehme ich den hier wunderbar wunderbar wie unsichtbar oder hinten ist es ja schon können wir noch mal richtig schön taler sammeln oder entnissen feuer typ ich glaube ich gehe jetzt hier mal rein und macht den hinter die tür wieder zu auf mich fort wird eingehämmert oder ich dachte schon das werden schüsse weiter wie du weggesprungen bist das sah geil aus jetzt bin ich angezündet scheiße ja ich habe dich angezündet sorry nicht dran gedacht dass ich nicht in deine richtung laufen kann ja ich ich habe ja auch mal das talent die schwarmboti in unsere richtung zu lenken so ich sehe es dann mal hin das war mal geil man rennt immer zu seinem partner mit der wenn die schwarmmutti kommt und dann merkt man gar nicht dass man den schwarm mitnimmt ja wobei das ist nicht so schlimm der bleibt bei einem aber das feuer das greift über so dass wir die hühner die stört das irgendwie nicht nur ruhig drauf rumschießen und lecker munition sehr gut ich weiß nicht ob du alles hast aber da hinten gibt es auch so ein kasten so ein werkzeugkasten ich weiß nicht ob du voll bist hast mach ich ach da ja ja ich kann leider nichts mehr tragen wir haben echt wenig zwischenfälle mit hunden gehabt ich hoffe es war jetzt kein fehler zu sagen genau wenn die jetzt hier irgendwo auftauchen die finde ich auch mega anstrengend wollen so schlecht zu treffen ja das finde ich auch wurde auf dich geschossen oder ich habe nur gehört ein tschu tschu ja ich habe ein zombie erschossen aber rechts wird geschossen jetzt sind ja hier lang ach was ist schmier ah genau dann müssen wir mal auf super noch einer ach so drücke f und ich dachte drücke ich mal f weil ich dachte ich blute aber dann mache ich die tür auf ist ja keiner drin auch schön so pferdchen lange der da wohl schon rum ist ja Das haben sie aber auch geil gemacht mit den Hunden Wenn man da nicht drauf achtet Und der Gegner hört Hunde Ah ok da kommt wer Ja Und Enten Und Enten ja Und ich hab sie wieder aufgescheucht Hurra Aber die Gegner sind jetzt schon nah Habe ich den Eindruck Sieht so an als wenn die fast vor uns sind Ja Oh oh Ah der muss einen auch immer anzünden Der Drecksack War jetzt aber noch so schnell Okay ich seh einen zum Messern Und Zombies da oben auf der Rampe Ja Oh ich treff die gar nicht Ja Verschwendet nur keine Munizie Das muss hier schon irgendwo sein ne Ja und oben Noch mehr Zombies Oh schön immer wenn ich nachlade Ist auch Munition hier nix? Ne hier ist nur Kann man nur Lala machen Sehr gut Hier gibt's Hier gibt's Super Ich würde sagen wir haben Es ist auch gedeckt Ah prima Jo Und die Richtung passt auch Also können wir mal hinlaufen Ja ich hab die auch verfehlt So Richtung Ja die Richtung passt Also können wir mal hinlaufen Bin ich mal gespannt ob wir die einzigen sind Ich glaub eher nicht Das sind bestimmt wieder welche die da warten Ja weil man wirklich kaum was hört Oh jetzt hab ich was gehört Rechts Oh ok Die Spinne wird schon verbannt Das ist ja heftig Mal gucken wo wir überhaupt lang müssen jetzt hier Oh Vorsicht hinter dir Scheiße Auf weg Ja ich versuch's Und ne Saatenutti war da auch noch Echt? Ich bin ganz grün Deswegen hab ich auch nichts mehr gesehen So Spritze ist gesetzt Knarre hat noch Schuss Mann der Dicke frisst echt viel Ja Gerade ich baller den hier von hinten Ach jetzt Alles klar Ich hab da echt Ja ich will die Lügen Aber fünf Schuss waren's bestimmt eben Die ich angesetzt habe Oh ich glaube ich seh da Feuer Feuertypen ne? Ne noch nicht Ah gut Faut pas Faut pas wir sind doch noch ganz schön weit davon entfernt ich komme dir mal hinterher um dann zu schauen ob wir sie sagt um dann zu sterben nur gemeinsam sind wir schwach ich glaube hinter uns war also vom geräusch her ein komischer feuerteufel aber ich einfach schnell geradeaus gelaufen habe mich auch nicht umgedreht dann den graben runter und dann hat er geguckt und ist wahrscheinlich umgedreht so hier wird das drin sein ja ich weiß nicht ob es so schlau ist da gleich rein zu rennen aber ich kenne mich jetzt nicht mit der besten taktik aus aber ich denke mal auch das ach ja wir müssen aber rein ich weiß ja auch nicht von wo sie kommen oder rausgehen da kannst du mit e gucken wo sie ungefähr sind wir sind auf jeden fall im gebäude ich werde beschossen ich weiß nicht von wo ich bin erstmal weggelaufen das gut weil das ist auch irgendwo eine schwamm mutti scheiße da ist einer da ist ein typ ah ok ich hocke hier gerade so gut ich sehe den auch gar nicht also müsste ich wahrscheinlich auf deine seite kommen ja die sind schon unterwegs zum ausgang beide in deine richtung ja ich bin auch tot also drück e dann siehst du wo die blitze runterkommen und dann siehst du wo die sind halten also da hinten ja genau da siehst du die blitze ja dafür ist die knarre echt gut aber wenn die jetzt abhauen also zum ausgang könnte ich ja ein bisschen warten dich wiederbeleben und dann hauen wir auch ab können wir auch machen wie du magst dann verlierst du deinen charakter nicht jetzt die frage da kommt er wieder na scheiße weiter hey das gehört ja die profis jetzt Rück回來 bis 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 bis